Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 18. Wir stecken mitten in der Vorbereitung mit Milan. Wir spielen heute gleich als erstes gegen Juve. Ich habe schon aufgestellt, werden gleich ins Spiel reinlunzen. Ich habe 5-2-3 aufgestellt, so sieht das aus aktuell. Keine großen Überraschungen würde ich behaupten. Starten wir mal sofort in dieses Spiel rein gegen Juve. Es ist nicht so viel passiert, ich habe viel gescoutet, so wie immer eigentlich in dieser Vorbereitungsphase. Juve spielt übrigens ein 4-3-1-2, okay. Jungs, viel Spaß und gut spielen heute. Ja, wie gesagt, ist nicht so viel passiert, aber wir haben ja noch ein bisschen was, was ansteht. Also in der vergangenen Folge schon Dolberg fast so ein bisschen fix gemacht. Ich würde behaupten, da sollte nicht so viel dazwischen noch stehen, weil Real Madrid ist zwar noch interessiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt so schnell noch ein Angebot raushauen, dass Schalke dann annimmt und dann noch so ein gutes Vertragsangebot raushauen, dass es vielleicht für uns gefährlich werden könnte. Also ich würde schon behaupten, das Ding ist wohl zu unseren Gunsten durch. Oh, das war aber richtig schlecht verteidigt. Abgelegt von Bastos und dann Koselli macht ihn rein nach 11 Minuten. Ist ja der erste Test, für uns der erste richtige und auch der erste generelle. Ist ja eine richtig schlechte Passgenauigkeit. Kann natürlich gleich am Anfang noch nicht alles so reinpassen, sind auch viele heute nicht dabei. Korsi Dias zum Beispiel nicht dabei, der ist ja leider bei Olympia. Ja, das wird ein bisschen wehtun, die ersten Spieltage, weil die halt alle fehlen werden. Aber dafür müssen wir halt auch ein bisschen für Neuzugänge sorgen. Die Innenverteidiger werden wir gleich machen, nachdem wir gegen Juve fertig sind. Da habe ich auch schon ein paar gescoutet und sogar welche auf die Shortlist gepackt. Schön gemacht von Andrea Mango und von Andrea Romano. Das war leicht, aber auch gut. Und gerade mal 5 Minuten nach dem Führungstaffel von Juve. Natürlich bekommt ihr den Ball. Schöner Seitenwechsel auf Mango. Dann hat der Linksverteidiger von Juve eigentlich zu große Probleme und ist halt aufgeschmissen, nachdem der Ball in die Mitte kommt. Ja, Innenverteidiger stehen also heute an. Ich habe da jetzt schon ein paar auf die Shortlist gepackt. Das sind leider nicht so extrem viele, wie ich es mir gewünscht hätte. Wir werden es, glaube ich, auch nochmal bei Meret probieren, aber am besten wäre es eigentlich, wenn wir uns zwei holen werden oder würden und da halt noch ein Linksfuß dabei wäre. Weil ich glaube, momentan haben wir nur Romagnoli für die linke Seite. Ich glaube, Sanemakia ist Rechtsfuß. Das müssen wir gleich mal nachschauen. Das ist ein schöner Ball und die Marte macht ihn rein. 2 zu 1. Sturm wäre ja dann aktuell abgeschlossen. Auf den zwei Positionen haben wir dann vier Spieler eingeplant. Mit Di Marta, der gerade getroffen hat. Dann Dolberg, der kommen wird hoffentlich. Und Di Giovanni und Andrea Romano. Schön hat er gespielt. Und Longoni, schöne Flanke, der heute Links-Außenverteidiger spielt. Erstmal kurz gucken. Sanemakia. Dein starker Fuß ist der rechte, alles klar. Naja, alleine halt, dass man mal fix noch ein Backup hat, wäre das ganz schön, aber das wird dann die letzte Position wahrscheinlich sein, die wir machen werden. Also meine... Oh shit, Corsiello trifft den Pfosten. Meine Prioritäten sind eigentlich Stürmer, haben wir gemacht. Innenverteidiger. Zehner, ZM, Linksverteidiger, Keeper und Backup-Innenverteidiger. Und Andrea Romano hat sich verletzt und das ist richtig scheiße. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Oberschenkelverletzung. Ja, wer weiß. Die Giovanni kommt rein. Blau wird schon gar nicht erst mitgenommen, weil er ja verkauft werden soll. Sonst alle anderen auch natürlich weiter zum Verkauf angeboten, aber wir sind nicht einen Tag nach vorne gekommen, also gab es noch keine neuen Angebote. Auch Pizzardi ist noch da. Hoffen wir mal, dass es in dieser Folge dann genug Angebote gibt. Das war ein schöner Ball. Die Marta könnte die Giovanni anspielen. Der sieht gut aus. Und der trifft die Latte, nachdem er den Torhüter angeköpft hat. Schade. Aber so geht es jetzt, wenn die Halbzeitpause so sieht, in Ordnung, auch so lange. Ich würde sagen, wir haben kurz mal gepennt hinten. John DeFux hat einen Schlag abbekommen bei Juve, der heute Rechtsverteidiger bei denen spielt. Ich habe unter anderem übrigens auch Wallace auf der Shortlist für die Innenverteidiger, der auch bei uns bei Marseille gespielt hat, den wir uns da geholt haben aus Brasilien und eigentlich seine Sache ganz gut gemacht hat. Weiter so, Jungs. Wir müssen ganz dringend auf Quiros und Romagnoli aufpassen. Problem ist, ich habe nicht so wirklich viel zum Wechseln auf dieser Position. Also, ich denke mal, so in 10 Minuten werde ich dann wechseln. Juve hat dreimal gewechselt. Aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, dass ich jetzt die 10 Minuten noch auskoste mit Quiros und Romagnoli. Christante kommt für Freit rein. Und wen bringen wir denn rein? Romagnoli geht. Dafür würde ich sagen, kommt dann Simon rein. Dann haben wir Fabri. Das ist aber auch ein bisschen sehr optimistisch. Rechtsaußen eigentlich. Dann nehmen wir Conti für Quiros. Und spielen dann halt wirklich nur noch mit einem Innenverteidiger. Und die beiden Außenverteidiger sind dann auf der rechten und linken Innenverteidigerposition. Auch Juve wieder sehr viel durchgewechselt. Wir werden auch gleich Bon Giovanni rausnehmen. Vielleicht auch Tolisso. Haben wir leider so viel nicht auf der Bank dieses Mal, weil ich gleich den Kader eng halten möchte. Damit wir gleich am Anfang gesehen würden, falls irgendwo zu große Lücken sind. Das war leider schlecht gemacht von Mango. Ball kommt in die Mitte und dann ist sogar noch das 2-2 da. Andone macht's, weil Timon, ja, nicht gut decken kann. Es sei ihm mal verziehen, ne? Weil er halt jetzt mal auf seiner komplett falschen Position spielt. Aber das unten von Mango musste nicht sein. Das war leider ein bisschen dumm gemacht. Aber gut, kriegen wir schon... Ist ja nur ein Test, ne? Ist ja nur ein Test. Trotzdem, please, jetzt nicht komplett auseinanderfallen. Mit nur einem Innenverteidiger ist es natürlich schwer. Aber es ist natürlich auch nicht schön, wenn der jetzt gerade den entscheidenden Fehler macht. Wow, ja. Doppelt und dreifach sogar. Ah, nee, ist auch Conti. Okay. Trotzdem ziemlich dumm. Elfmeter für Juve. 22 Minuten haben wir noch. Machen wird's Masia. Oder Masia. Ah, schade, der Team hat die Ecke aber... Zu kurz gesprungen. Ja, stellen wir uns schon wieder so ein bisschen an, ne? In den Tests können wir das noch machen, aber... Dann bitte nicht mehr in der Saison. Sehr viele Szenen aber... Gut, es sind auch fünf Tore gefallen. So, Locatelli. Bei ihm habe ich ja echt überlegen müssen, ne? Benje lohnt. Schade. Ob ich ihn behalte oder nicht. Weil er halt auch sehr inkonstant ist. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, weil ich auch ein 4-3-3 testen möchte noch. Auch in der Vorbereitung schon. Dass wir ihn lieber behalten und einfach nur einen einzigen neuen ZM holen. Hoffentlich ist dann auch ein guter zu finden. Bei Juve jetzt fast alle ausgewechselt, bis auf Corsiello. Der ist der Einzige, der seit Anfang an spielt. Benje lohnen. Oben wäre eigentlich Platz, aber kriegt er, glaube ich, nicht gespielt. Unten wäre jetzt sehr viel Platz für Mango. Ja, schöner Ball jetzt in die Mitte vielleicht. Kommt ziemlich weit, aber Longoni macht ihn trotzdem 3-3. Acht Minuten noch zu spielen. Fabri kommt mal rein für Mango und Luca Romano kommt rein für Longoni. Der gerade das Tor gemacht hat. Sehr schönes Tor sogar. Hätte ich nicht gedacht, dass er reingeht. Weil normalerweise, wenn die aus diesem Winkel ankommen, sehe ich halt instant immer den Pfostenschuss oder den Schuss ans Außennetz. Aber die Flanke war auch interessant. Ich dachte eigentlich, die kommt ungefähr hier so hin. Aber so kam sie halt perfekt in den Rücken der Verteidiger. Und dann konnte niemand mehr was machen. So, wir haben alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft, die wir haben. Fünf Minuten haben wir noch. Passgenauigkeit ist leider weiterhin schlecht geblieben. Aber gegen Juve und als erstes Spiel der Saison verzeihe ich das mal. Wäre aber trotzdem schön, wenn wir nicht verlieren würden. Andone hat viel Platz. Und Canone kriegt den Ball von Bertini zurück. Ei, ei, ei. Wieder viel Platz um. Rosiello nimmt die Mitte. Und dann ist es Masia, der das 4 zu 3 macht. Ach, Jungs. Ja, aber gerade jetzt, ne, merkt man halt. Was hat eigentlich Bertini da gemacht? Gerade jetzt hat man halt gemerkt, dass man unbedingt noch Innenverteidiger braucht. Oh Mann, das war richtig schlecht verteidigt. Wieder von Conti. Also, sollten wir irgendwo mal wieder einen Innenverteidiger brauchen. Conti wird auf dieser Position definitiv nicht spielen. Fünf Minuten Nachspielzeit. Das ist komplett unnötig. In einem Test halt. 4 zu 3 wird Juve leider auch höchstwahrscheinlich gewinnen. Auch wenn wir noch eine Szene haben. Fabri auf der rechten Seite. Kommt sogar durch. Flanke auf den ersten Pfosten. Die Marta über das Tor. Wird auch gerne eigentlich mit inversen Außenstürmern spielen in diesem 4-3-3. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Weil diese Formationen werden wir wohl nicht so oft spielen. Und ehe die dann eintrainiert sind, dauert das ewig. So, Bustos darf nochmal. 20 Sekunden noch. Flankt in die Mitte. Bertini hat ihn. Und dann wird dieses Spiel 4 zu 3 für Juve in. Ja, ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen. Weil wir zu viele Fehler schon wieder gemacht haben. Und gerade jetzt nach dem Spanien aus. Möchte ich da sehr vorsichtig sein. Wenn sowas instant passiert. Also 4 Gegentore solltest du dir auch mit Außenverteidigern, die auf Innenverteidiger spielen, eigentlich nicht leisten. Ich werde nicht so hart sein, aber zum Glück war es ein Freundschaftsspiel, ne? Kiros, ja, ist mir wurscht, dass ihr demotiviert seid. Ihr habt ja nicht die meisten Gegentore zugelassen. Bayern ist unser nächster Gegner. Da mussten wir mal schauen, ob wir das nicht simulieren, weil wir jetzt viel vorhaben. Romano hat leider zwei Monate ausfallen. Ein Muskelbündelriss. Ach, ärgerlich. Unfassbar ärgerlich. Wir werden mal einen Trainingsfeindtag machen. Weil wir ja gegen Bayern dann ähnlich mit der Fitness sein werden. Ach, Mann, wie ärgerlich das ist mit Romano. Keine Angehörte für 22 Spieler. Boah, ey. Warum will eigentlich niemand unsere Spieler haben? Die Preise sind teils auch so niedrig gesetzt, ne? 2,7 Millionen Marktwert. Eine Million möchte keiner haben. Vielleicht 700.000. Den Jasper Sillissen. Mosakyo habe ich auch auf 500.000 runtergeschraubt, aber will keiner. Absolut keiner möchte unsere Spieler haben. Wundert leider auch nicht so schlecht wie Mosakyo war. Auch Vlaovic zum Beispiel möchte ja keiner haben. Und er war ja leider auch extrem schlecht. Also gut, nee, das ist natürlich Bullshit, ne? Also extrem schlecht ist kompletter Schwachsinn. Weil er hat ja immer noch ein paar Tore gemacht. Nur er war halt nicht sehr gut. Und auch nicht 30 Millionen gut, würde ich sagen. Die ich für ihn gerne hätte. Aber wäre halt trotzdem schön gewesen, wenn halt mal ein Verein ankommen würde. Jetzt langsam und ein bisschen Geld rausrücken würde. Plizadi nicht benötigt, ja? Wow. Wow. Aber Schalke wollte noch, ne? Schalke hat noch und auch gankt noch. Also ein bisschen Hoffnung kann man da noch haben. Alter, ey. Weil niemand die Spieler haben möchte. Das ist so krass. Auch Vlaovic. Da ist halt nicht mal jemand interessiert, ne? Das ist halt das richtig Schlimme daran. Machen wir mal auf die Transferliste als nicht benötigt. Da gibt es dann eigentlich mal ein Angebot. Aber auch nur 15 Millionen von Tottenham. Oh, Jungs, bitte. Das Doppelte, wenn es geht. Vielleicht können wir ein bisschen damit arbeiten. Wenn wir so auf... 29 gehen. Oh, das werde ich nicht auf 29 hochkriegen. Vielleicht müssen wir hier mit ganz wenig Stufen arbeiten. Nein. Wie wäre es denn, wenn er pro Liga-Einsatz noch Geld bezahlt? Und zwar... Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr machen. Wollte eigentlich eine Million pro Liga-Einsatz, aber... Ist wohl nicht. Guck mal, nach einem Liga-Einsatz, ne? Kriegen wir doch mal 5 Millionen. Und so kriegen wir dann... 28. Ne, wollen sie nicht. Aber wir sind schon ein bisschen näher dran, ne? Ich würde hier sagen 15. Und dann so auf 27 vielleicht runterschrauben. 27,5 natürlich erstmal, um zu testen. Das würden sie annehmen. Das ist doch in Ordnung. 27,5. Ich hoffe, Vlaovic möchte auch dahin wechseln. Sein Marktwert wird natürlich so... Bald er bei Tottenham ist... Komplett explodieren. Da wird er wahrscheinlich 300 Millionen haben. Oder so, wie ich mein Glück kenne. Kein Angebot für 21 Spieler. Eieiei. Vlizari geht zu Schalke. 7 Millionen kriegen wir für ihn. Und ich würde sagen, wir gucken mal nach den Innenverteidigern, ne? Die habe ich schon rausgesucht hier. Das sind... Alle Innenverteidiger, ja. Die ich rausgesucht habe. Wird wieder ganz schön teuer, ne? Thilo Kehra ist der Billigste mit 10 Millionen. Höchstwahrscheinlich, weil es anscheinend eine Ausstiegsklausel gibt. So ist es. Joe Gomez, Malang Sa. Den wollten wir schon bei Marseille haben. Abdu Diallo. Wallace von Marseille. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wegen der Nicht-EU-Regel. Sollte aber eigentlich drin sein, weil wir Gavi auch verkauft haben und eigentlich so oder so noch einen Spieler holen dürfen. Und dann Merede, der aber wohl unbezahlbar ist. Momentan, Geld sieht nicht so geil aus. Weil ja unser Vorstand keinen Bock hat, dass wir besser werden. Könnten... Ja, 50 Millionen investieren, wenn Vlaovic geht. Aber wir müssen auch bedenken, wir wollen noch ein paar andere Spieler holen, ne? Ist denn hier ein Linksfuß dabei? Schade, dass die Scouting-Berichte so alt sind. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die nochmal ein bisschen aufgefrischt habe. Thilo Kehra ist Rechtsfuß. Joe Gomez ist Rechtsfuß. Malang Sa ist Linksfuß. Damit schon mal der Interessanteste bisher. Abdu Diallo, auch Linksfuß. Auch sehr interessant. Wallace nur rechts. John, äh, Juan Voigt. Sorry, ich wollte John sein. Hat, ähm, einen rechten Fuß. Und Merede auch Rechtsfuß. Huh. Unser Scout sagt, Wallace wäre am besten. Bei ihm wissen wir, er kann die Taktik. Und er ist gut. Von Palmeiras damals geholt für 19,5 Millionen. Ah, Joe Gomez, zeigt mal her. Wir können ja mal kurz die Werte durchgucken. Und zwar für einen bald spielenden Verteidiger. Nehmen wir mal hier, ähm, Stellungsspiel, ist glaube ich wichtig, Nervencheck eigentlich auch. Entscheidungen, ja. Das Rausgehen auf 14. Bleibt gerne übrig. Sehr gut. Bei 13 bleiben Sa und Voigt übrig. Und bei 12 Gomes Sa und Diallo. Also, was macht Wallace nicht gut für diese Filter? Äh, nein, das war Joe Gomez. Wo komme ich zu Wallace? Ich muss ihn anscheinend umeingeben. Was hat Wallace, was die vier jetzt hier nicht haben? Oder andersrum, was hat Wallace nicht, was die vier haben? So hat es passen. Ne, passen doch nicht. Ich glaube, es war die Technik dann. Weil sonst hat er jeden Wert über 12. Es war die Technik. Hm, ja, schwer. Weil die auch alle wieder so viel Geld haben wollen wahrscheinlich. Wer ist denn schön schnell von den vier jetzt? 15, 15 bei Joe Gomez. Wir haben 13, 13 bei Sa. Diallo hat 14, 16. Und Voigt hat 12, 14. Diallo gefällt mir gut, ne? Muss ich sagen. Tottenham. Und Voigt ist auch Tottenham. Ich glaube, Tottenham hat eine richtig gute Abwehr. Weil die haben auch Tobi Alderweireld. Aber das Gehalts... Die Gehaltsforderung von Diallo, die gefällt mir mal überhaupt nicht. 170.000 bis 230.000. Das ist schon krass. Sa ist ähnlich. Was würde denn... Tottenham haben wollen für den Voigt? Würden wir mal 15.000.000 vielleicht bieten. 119.000. Äh, 109.000. Uff. Uff, 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 uff. Ich glaube, das können wir uns gleich abschminken. Ciao, Gomez. 1,88 groß. Ja, sind natürlich gute Werte. Na, alle, die wir jetzt hier haben, haben gute Werte. Ich glaube, Malang Saar ist mir ein bisschen zu doof, weil er nicht alles perfekt spielen kann als Innenverteidiger. Ist aber auch erst 22.000.000.000.000.at. Also es sollte schnell gehen. Benutzt nur starken Fuß. Okay. Also es wäre als Linksfuß nicht so schlimm. Hat letztes Jahr 28 Spiele gemacht. 40 Millionen hat Paris bezahlt. 6 gemacht, 5 Note Möchtest du vielleicht zu mir kommen? Erstmal schauen, was Paris möchte 89 Millionen Aber damit könnten wir vielleicht arbeiten Mit diesen 89 Millionen Ähnlich halt wie bei Dolberg, wir würden halt sagen Nach Ligatoren und zwar 30 Kriegt ihr 10 Millionen Wir würden sagen, nach Liga Einsätzen und zwar 50 Bekommt ihr 10 Millionen Nach 40 bekommt Ihr Nein, bestimmt nicht Pro Ligaeinsatz, das ist falsch Nach 40 Einsätzen bekommt Ihr vor, ja, 7,5 Das wären ja 42,5 Sie wollen 83 haben Dann gehen wir mal hier auf 10 Und machen bei Ratenzahlung Weitere 15 56 Millionen Wenn das jetzt insgesamt Ich kann auch ruhig nochmal Nach Ligatoren Und zwar 50 Euch 15 Millionen geben Was sagt ihr dazu? Nein, aber Wir sind ein klein bisschen näher Also was würde ich für Malang Saar Instant ausgeben 25 bis 30 Millionen Sollten eigentlich schon drin sein Dann machen wir hier 17,5 Bei der aktuellen Ablösesumme Und machen Ja, 12,5 Machen wir 13 Als Ratenzahlung Ja, das gefällt mir noch nicht mit nach Liga Einsätzen Es ist noch ein Stückchen zu viel Machen wir 8,5 Und 12,5 Und 12,5 Dann haben wir jetzt was insgesamt 14,5 Hochgehen Und hier auf 9 Und hier auf 13 Und schauen was sie dann dazu sagen Beim Nächsten Mal Fangen wir mal bei Joe Gomez an Was Liverpool für den haben möchte Wenn wir da mit 10 anfangen Da wollen sie 89 Millionen haben Ähnlich wie bei Saar gerade 15 Millionen würde ich also euch bieten Mit nach Liga Einsätzen Und auch die Ligatoren würde ich sagen Es macht halt ein mini, mini bisschen aus Also Ich glaube der Prozentsatz Dass es Anklang findet Bei Liverpool ist sehr gering Aber wenn die Summen sehr hoch sind Könnte das ein bisschen was bringen Wenn auch nur ein mini bisschen Nach 50 Spielen bekommt ihr 10 Millionen Nach 40,7,5 Das wären jetzt 57 Millionen 15 würden wir bisher bezahlen Direkt Wollen sie noch nicht ganz Eigentlich Nicht mal ansatzweise Weil sie 52 Millionen haben wollen Würde 10 Millionen bieten Und dann Ratenzahlung 15 machen Dass wir insgesamt 35 Millionen bezahlen Für Joe Gomez 9,12 sollte auch in Ordnung gehen 71 Millionen Abzüglich der 15 Die wir Durch die Liga Tore haben Aktuelle Belastung für das Budget Wäre 10 Millionen 25 Millionen 25 würden wir definitiv zahlen Machen wir mal Dass wir insgesamt auf 28 kommen 28 Millionen Die wir definitiv zahlen Hier würde ich erstmal kurz runter gehen Auf 10 und 13 Machen wir mal 12, 5 Was habe ich gerade gesagt 28 Na gut Dann mache ich aber hier mehr Und hier weniger Dass es dann 28 Millionen sind Die wir Bezahlen würden Definitiv Nein Noch nicht Ich glaube wir müssen auf 30 hoch gehen Die wir definitiv zahlen Für Joe Gomez Das ist mir hier einfach zu viel Machen wir 10 hier 15 da Das würden sie annehmen Aber mal gucken Was er überhaupt Haben möchte Wir sollten auch vielleicht Endlich mal den Scout Angucken Es liebt große Spiele Ziemlich konstant Das gefällt mir sehr gut Kann einige Positionen ausführen Das ist auch gut Die Kontras sind keine Wirklichen Sehr schön Was hat Malangsa Oh Fühlt sich in wichtigen Spielen Unwohl Gut dass wir vorher geguckt haben Abdou Diallo Hat Nur seinen Berater Als Hürde Und Freud hat Angst in Zweikämpferen Okay Das solltest du Als Innenverteidiger Eigentlich nicht haben Ich lösche das alles mal Damit wir Wieder die Innenverteidiger Alle sehen Was hat Tilo Kera so Mangelnde Konzentration Ich gucke mir jetzt Übrigens erstmal nur Die Kontras an Nicht dass ihr euch wundert Warum ich nichts mehr An positiven Sachen sage Wallace hätte nur Seinen schwachen Fuß Das ist ein bisschen doof Mireille hätte Nichts Relevante ist Ich würde so gerne Mireille haben Aber Dortmund möchte einfach Viel zu viel für ihn haben Wer ist denn da noch interessiert Real Madrid 51 Millionen Mark Wert 120 wollen sie haben Ja das ist Schwer Das sollte Für uns eigentlich unmöglich sein Ihn zu holen Aber ich werde mal kurz ein Angebot rausschicken Um zu gucken Ob es vielleicht möglich wäre Ihn zu verpflichten 7,5 hier 7,5 da Und hier 15 Millionen Also 30 Millionen Würde Dortmund alleine Schon für 50 Tore bekommen Die er bestimmt nicht machen wird Dann hier 15 Millionen Dann hier 10 Millionen Und Ratenzahlung Würde ich Euch geben 15 Millionen Dass wir insgesamt 35 Quatsch 25 Definitiv Für Mireille zahlen Und das aktuelle Budget Trotzdem nur um 10 Millionen Belastet wird Das ist gar nicht So weit weg Also Ich hätte jetzt gedacht Dass sie sofort ablehnen Aber es ist gar nicht So schlimm Was wäre Mireille mir wert Sehr viel Muss ich sagen Aber ich muss auch Auf unser aktuelles Budget Achten Also ich glaube Eine aktuelle Belastung von 20 Millionen Ist das Maximum Was ich mir erlauben möchte Das wäre ja aktuell Noch gegeben Das ist ja Kein Problem Dann würde ich Sollten wir auch Noch eine Saison machen Wir müssen ja nächstes Jahr Nicht so viel einkaufen Dann wahrscheinlich Wir machen jetzt erstmal Richtig dicke noch Einkaufen Aber danach Sollte das eigentlich Easy sein Das sind ja keine Spieler Die nur eine Woche oder so Gut sind Ich würde dann Hier Was haben wir eben gemacht Ich habe es schon mal Vergessen leider Machen wir mal 30 Millionen Die wir definitiv zahlen 12,18 da Also nochmal 30 Millionen Das ist aber ein bisschen Sehr viel 15 machen wir mal Wobei Ne Ich gehe hier mal Richtig hoch Auf 20 und 15 Und gehe dafür Bei den Definitiven Zahlungen Etwas runter Und zwar hier auf 10 Millionen Und hier auf 12,5 Dass wir 22,5 zahlen Und 30 Millionen Und 30 Millionen Halt wenn er diese Einsätze macht Ach man Ich glaube um die 30 Definitiv Kommen wir nicht rum Weil er so ein Krasse Endverteidiger ist Das Gehalt wird auch Sau krass werden Also nur wenn wir Jetzt halt Es schaffen sollten Hier eine Einigung Zu finden Heißt das absolut Gar nichts So wir hätten Jetzt hier 30 30 60 Würden wir bezahlen Wenn er 50 Spiele Für uns macht Ist schon Hab ich Wie alt bist du Nochmal 27 Hast gute Werte Ich weiß dass du Perfekt in meinem System klarkommst Also höher Gehe ich nicht Höher gehe ich Definitiv nicht Weil es einfach Zu krass dann wäre Also entweder Sie nehmen jetzt Das an Oder Sie können es Oder wir können es Vergessen Ich glaube Dortmund Ist es relativ egal Ob sie nur Das Geld bekommen Oder nicht Sie möchten einfach Nur einen guten Innenverteidiger haben Ich werde hier Nochmal ein bisschen Höher gehen Aber Die 30 30 Mehr geht wirklich Überhaupt nicht Haben keinen Bock drauf Schade Dann gucke ich mir nochmal Joe Gomez an Könnte eigentlich auch ein guter werden Auch 27 Also ähnlich wie Miree Um ihn mal zu vergleichen Sieht es so aus Bei Miree ist übrigens der Preis sogar ein Kontra Technisch ist Joe Gomez ein Stückchen besser Auch von der Physis her Bis auf die Balance Aber Tackling ist bei Miree besser Deckung auch Miree ist nur 1,82 echt Kommt mir immer ein bisschen größer vor Ich werde mal kurz abwarten Schau was bei Joe Gomez bei rauskommt Plizzari hat sein Deal abgeschlossen Joe Gomez 220.000 Auch hier natürlich zu viel Ich würde so gerne auf 160 gehen Aber das ist wohl zu wenig für ihn Wir starten mit 150 und ich würde sagen wir gehen wenn es richtig gut läuft auf maximal 185 Zum Glück möchte der Berater nicht so viel haben Das geht sogar ganz gut klar 5 Millionen Handgeld Das hier nehmen wir raus Dafür kriegt er den Erlös Von 20% Einsatzprämie Müssen wir leider so machen ohne Gegentorprämie Würde ich gerne höher machen Und zwar auf 47,5 Und die Einsatzprämie machen wir dafür auf 32 runter Ersatzspielerprämie kann ruhig ein bisschen hoch auf 13 Jahreselfprämie machen wir rein für 240.000 Torprämie Ja Warum nicht Machen wir Komm 64.000 Champions League Titel machen wir auch rein Ähnlich wie bei Dolberg Machen wir bei dir 160.000 Serie A Titel 160.000 Und Tim Cup Hauen wir mal Die Hälfte rein Würde ich sagen 80.000 Ups Das war Falsch Hier müssen wir die 80.000 Setzen Tim Quatsch Serial Bleibt bei 160.000 Bei Abstieg Darfst du Ablöse freigehen Wo ist die Klausel Reingehen Ah hier Und Wenn du 30 Spiele Für uns gemacht hast Dann Kriegst du 180.000 Angehalt Wollen wir mal Timen Darum Ne Erstmal Machen wir So Okay Wir binden Timen Mal rum Vielleicht Hat er Bock Sicher Ich werde Mit Timen Hat es ihr Bestes Gegeben Um Gommes Von einem Wechsel Zu überzeugen Allerdings Schien er Nicht Wirklich Zuzuhören Schade So Sind Ein paar Klauseln Verschwunden Irgendwie Auf die Hat er Wohl Keinen Bock Gehabt Berater Kriegt 4,5 Er Selbst Kriegt 7,5 Gehalt 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 Auf 160 Ja 165 Hoch Was Hat er Denn Raus Genommen Die Gehaltserhöhung Hat er Rausgenommen Sonst glaube ich Und Den Gewinn Ja komm Dann kriegst du 10% Von Der Ablöse Beim nächsten Verkauf Ah Mann Er möchte Zu viel Geld Haben Machen Wir 170.000 Dafür Nur 7 Millionen Handgeld Einsatzprämie Machen Wir Auf 9,35 Ah Es ist ganz knapp dran 170 7,5 Mann Mann 170 7,5 Und 5 Ah Mann Nimmst du rein Voran 175 7,5 Nicht verhandelbar Er nimmt es an Ja Okay Joe Gomez Hätten wir Wenn wir Bock hätten Aber ich glaube Finanziell ist es schon Der beste Deal Den wir bekommen Könnten Oder Ich glaube Viel mehr ist er Gar nicht für uns Drinnen Er kann unsere Taktik Anscheinend Sehr gut Hat gute Spielweisen Ja Ich glaube Ich glaube Das ist schon Der klügste Deal Für uns Weil Diallo ist zu teuer Malangsa Höchstwahrscheinlich Auch Meri Sowieso Und Wallace Auch Ich glaube Damit würden wir Kein Bullshit Machen Wenn wir Joe Gomez Holen würden Ne Ich glaube Das ist in Ordnung Weil das Gesamtpaket Das macht es aus Wir müssen halt Noch ein paar Spieler holen Die Marta hat sich Für ein bis zwei Tage Zum Glück Nur verletzt Und ich kann jetzt Nicht halt wirklich Für Meri 60 Millionen Ausgeben Weil Dann habe ich Kein Geld Für den Zehner Für den ZM Linksverteidiger Backup Innenverteidiger Und Den Backup Keeper Das ist dann Leider Nicht Möglich Mal schauen Ob es schon Eine Bestätigung Gleich gibt Dolberg Da warten wir Auch noch Und Bayern Boah Kriegen wir das Noch hin Wir haben heute Nicht wirklich Viel geschafft Bisher Aber wir haben noch Ein paar Tage Bis zum Bayern Spiel Nix Extrem Relevantes Konnte schießen Verkauf von Meri aus Ja das wundert mich Nicht Wir werden da auch Ablehnen Das ist einfach Zu teuer Dann für uns Ronzoni Angebot Von Lazio Aber Das Angebot Gefällt mir Nicht Ronzoni Ist in Unsere O20 Also soll verkauft Werden Aber ist leider Nicht so ein Gartes Angebot Ich möchte eigentlich Geld direkt haben Ohne Klauseln Ich meine Ich kann da nicht Mich beschweren Weil ich fast nur Angebote mit Klauseln Raushaue Aber Kommt schon Irgendwie Please Bei den ZM's Werde ich In der Nächsten Folge So Machen Dass ich Da schon Vorauswahl Treffe Weil das Sind Einfach Zu Viele Unser Angebot Für Malang Sa Wurde Akzeptiert Das Könnte Mal Interessant Werden Ich Werd mal Ein Ähnliches Angebot Raushauen Wie Für Joe Gomez Und Wenn Er Das Auch Annimmt Gleich Weil Sein Berater Möchte Schon Mal Weniger Haben Und Auch Sein Loyalitäts Bonus Ist Eigentlich Relativ Gering Dann Könnte Das Mal Interessant Werden Und zwar Sehr Wir Hatten Hier 39 5 Ohne Gegentor Hatten Wir Sogar Deutlich Höher Da Mache Ich Auch Mal Auf 39 5 Ersatz Spieler Prämie Hatten Wir Auch Deutlich Höher Also Momentan sieht Der Deal Etwas Besser Aus Aber Er Wollte Auch Viel Gehalt Haben Und Das Muss Ich Erstmal Runter Verhandelt Bekommen 67 Hat Er Glaub Ich Auch Gerade Gehabt Jahreself Prämie Was Habe Ich Dargegeben 160 Tausend Wenn Ich Das Richtig Im Kopf Habe Titel Champions League Hatten Wir Definitiv 160 Tausend Genauso Wie In der CDA Tim Cup War Dann 80 Tausend Ich Ich glaube Bei der Champions League Können Ruhig Höher Gehen 200 Tausend Das Ist schon Das Wär Schon Bombastisch Wir Könnten Übrigens Auch Toliso Darum Bitten Oder Beten Dass Er Halt Mal Ein Gutes Wort Für Uns Einlegt Das Könnten Mal Machen Wenn Die Erste Verhandlungsphase Scheitert Was Sie Jetzt Tut Toliso Wie Wär Es Und Er Hat Kein Problem Mit Und Mal Schauen Klappt Das Nein Die Exakt Gleiche Reaktion Wie Bei Timon Und Joe Gomez Wir Gehen Mal Auf 155 Hoch Hier Auf 5 Millionen Runter Und Hier Auf 1 5 Hoch Einsatz Prämie Kann So Bleiben Ich Wird ihm Eine Gehaltserhöhung Nach 30 Spielen Bieten Und zwar 175 Tausend Aber Guck mal Wir Sind Schon Echt Sehr Nah dran 165 Ich Gehe Auf 7 Hier Bei Seinem Hand Geld Und Er Nimmt Das An Das Ist Jetzt Sehr Interessant Weil Ich Mal Lange Besser Als Joe Gomez Als Spieler An Sich Das Problem Ist Joe Gomez Kann Unsere Taktik Definitiv Gut Bei Mal Lange Sa Bin Ich Bin Ich Sicher Das Wird Jetzt Eine Schwierige Entscheidung Werden Hier Würden Wir 32 Zahlen Wir Würden Halt Wo Kommt Wo Kommt Die Ich Hab 32 Generell Geboten Das Wäre Schwachsinnig So Was Würde Ich Niemals Machen Oder Habe Ich 5 Dankeschön Also Ich muss kurz was Screenshoten Sonst Mache Ich Wieder Bullshit Also Wir Haben Hier 17 5 Definitiv Direkt In dieser Saison Und 14 5 Die Wir So Bezahlen Würden Bei Joe Gomez Haben Wir 12 Und 18 Also Hier Bezahlen Wir Definitiv Ah Hups Sorry Ich Weiß Nicht Ob Man Das Gehört Hat Hier Bezahlen Wir Definitiv 30 Millionen Bei Joe Gomez Bei Malang Sa Sind 32 Gut Die 2 Millionen Ne Nach Liga Einsetzen Haben Wir Hier 40 Spiele 10 Millionen Bei Sa 9 Millionen Nach 40 Spielen Bei Gomez Nach 50 15 Und Bei Sa 13 Es Nimmt sich Ja Nicht Wirklich Viel Eigentlich Gar Nichts Gehalt Er dürfte ähnlich sein Welches wir ihm gerade angeboten haben Da habe ich eigentlich relativ drauf geachtet Wir vergleichen mal Es heißt ja nicht dass beide zu uns kommen wollen Ne Aber Es sieht schon mal gut aus Oh Ist das ziemlich eng beieinander Malang Sa Ist nur 1 82 Das dürfen wir nicht vergessen Aber ist Linksfuß Hm Aber Eigentlich ist Romagnoli Links gesetzt Also wenn Dann wäre Sa In der Mitte Oder Romagnoli Wäre er in der Mitte Weil Linksfuß auf rechts Stelle ich nicht Aber rechts kann dann auch Jose Diaz spielen Oder Kiros Das ist jetzt eigentlich nicht das große Problem Entweder ich stelle halt Joe Gomez auf rechts hin Und Kiros Jose Diaz in die Mitte Romagnoli links Oder ich stelle Romagnoli Quatsch Stelle Sa Links hin Romagnoli in die Mitte Und rechts halt Jose Diaz oder Kiros Das ist eigentlich kein Ding Das ist kein Faktor Also 14 14 15 15 Kopfball Passen Ist ein bisschen Bei Sa Der noch jünger ist Zwei Jahre Dann haben wir Aggressivität Bisschen mehr bei Joe Gomez Entscheidungen Mehr bei Sa Eigentlich alle Relevanten Werte Bis auf das Stellungsspiel Bei Sa Die Physis Wiederum Das ist interessant Ist bei Joe Gomez Besser Obwohl Sa Kleiner ist Also ich hätte gehofft Dass Sa Vielleicht ein Stückchen Schneller ist So 14 14 Wäre nice Gewesen Was hat Wie sieht denn die Kraft aus 17 15 15 13 Sprunghöhe Bei 182 Nur 1 Nein Nur 13 Sprunghöhe Ist schade Oh Ist das eine schwierige Entscheidung Das ist halt Eine richtig schwierige Entscheidung Joe Gomez Letztes Jahr Bei Liverpool 31 Spiele gemacht 6,92 Bei Malang Sa War das glaube ich Eine 6,85 Durchschnittsnote Nur Ligaspiele Und 28 Spiele Sa Sa Könnte auch Linksverteidiger Spielen Gomez Links und Rechtsverteidiger Sowie Sechser Aber Nicht so gut Wie Malang Sa Linksverteidiger Spielen könnte Bei Sa Sieht so aus Er ist ein Besserer Linksverteidiger Aber Er kann Diese Taktik Definitiv Und vielleicht Dauert es Nicht so lange Wer Hilft uns Ich glaube Diese Frage Von Wingen Wer ist besser Die braucht man Nicht so schlimm Spiel Bevorzugt Flanken Wächst Ja gut Von mir aus Spielt einfache Kurzbesser Ist gut Gegenspieler Eng Ist auch gut Löst sich Spielerisch aus Der Bedrängnis Vielleicht Wurde uns Die Entscheidung Ja abgenommen Oh man Ey Fuck Wen kann man Denn da nehmen Ich weiß es nicht Es ist so schwer Eine richtig Schwierige Entscheidung Aber vielleicht Wird uns hier Abgenommen Wir warten Mal kurz Ab Ob wir Vielleicht irgendwo Sehen Dass noch Saar Woanders Im Gespräch Ist Oder ob Zum Beispiel Liverpool Mit Joe Gomez Verlängert Sowas In der Art Und ob uns Die Entscheidung Dann abgenommen Wird Joe Gomez Würde auf jeden Fall Komm Okay Wir verschieben Es mal Damit wir Die Gewissheit Haben Dass auch Malangsa Definitiv Kommen Würde Joe Gomez Wäre halt Nicht EU Platz Dürfen wir Auch nicht Vergessen Der Würde Da Rein Zählen Wäre Aber Aktuell Kein Problem Weil Wir Zu 1000 Prozent Egal Ob es Ein Bug Gibt Oder Nicht Noch Platz Frei Haben Wir Haben Gaviao Ins Ausland Verkauft Zum HSV Also Der Platz Muss Eigentlich Frei Sein Ich Habe Ein Bisschen Angst Nach Letzter Saison Weil Leo Santos Ich Will Das Nicht Normal Haben Aber Aktuell Sollte Es Kein Problem Geben Wieder Ein Angebot Für Gian Piero Motta Das Ist Aber Zu Wenig Sollen Lieber Mal Die Großen Los Werden Sillison Mosacchio Bla Witsch Die Möchte Ich Gerne Jetzt Erst Mal Verkaufen Plizzari Ist Weg Der Hat Noch Geld Reingebracht Kasi Dürfte Noch Ein Bisschen Geld Ach Ne Der Wird Auch Verkauft Schon So So Okay Also Sowohl Sarah Als Auch Joe Gomez Würden Kommen Dann Entscheiden Wir Uns Jetzt Mal Mal Oder Joe Gomez Kriege Ich Das Hin Wenn Ich Bestätigt Ein Geber Dass Wir Die Beine Wechsel Sind Dank Joe Gomez Oder Mal Ang Sa 165 Hier 175 Da Es Nimmt Sich Halt So Gut Wie Gar Nichts Ich glaube Finanziell Ist Es Wirklich Auf Einer Exakten Stufe Oh Mann Fuck Fuck Scheiße Was 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 Mache Ich Denn Jetzt Ich Habe Absolut Keine Ahnung Wen Ich Nehmen Soll Spieler Der Extraklasse Sind Beide Gomez Ist Länderspiel Erfahren Aber Es Unwichtig Konsequent Sind Auch Beide Die Konstanz Ist Bei Mal Angsa Ein Stückchen Höher Weil Er Sehr Konstant Ist Als Joe Gomez Der Nur Konstant Ist Aber Es Stimmt Bei Mal Spiele Das Habe Ich Schon Wieder Ganz Vergessen Gut Dass Wir Noch Mal Nach Guckt Haben Ist Halt Die Frage Kriegen Wir Das Bei Mal Angsa Raus Mit Den Großen Spielen Dass Er Die Nicht Mag Weil Das Ist Schon Schlimm Ne Dass Die Dass Er Da Wirklich Unwohl Ist Das Ist Nicht Orange Das Ist Rot Ich Möchte Eigentlich Hier Gucken Die Innenverteidiger Position Dankeschön Joe Gomez Wäre Da Laut Unserem Scout Etwas Besser Ich Nehme Joe Gomez Und Zwar Jetzt Ehrlich Gesagt Auch Nur Wegen Den Großen Spielen Weil Ich Brauche Keinen Spieler Der Sich Da Einkackt Sondern Ich Brauche Einen Spieler Der Jetzt Eier Zeigt Dann Weil Da Haben Wir Oft Verkackt In solchen Spielen Mal Langsar Wird Es Nicht Joe Gomez Wird Es Schon Bestätigt Und Damit Haben Wir Jetzt Unseren Neuen Großen Innenverteidiger Die Marta Ist Jetzt Nur Ein Italienischer Staatsbürger Nachdem Er Seit Vier Jahren In Italien Wohnt Das Ist Zwar Aller Ehren Wert Dass Er Die Angenommen Hat Um Uns Zu Helfen In Sachen Ausländer Limit Aber Ich Glaube Er Zählt Da So In Keinem Fall Rein Als Belgier So Wir Haben Joe Gomez Verpflichtet Und Tolisto Fällt Zum Glück Nur Für Ein Wechsel Noch Ein Bisschen Verhindern Und Joe Gomez Ist Unser Neuer Innenverteidiger Mit einem 58 Millionen Marktwert Jetzt Alles Klar Joe Gomez Geholt In Dieser Folge Dolberg Da Warten Wir Noch Auf Die Bestätigung Von Ihnen Vielleicht Wird Das Bis Samstag Nachmittag Noch Was Ich hoffe Ich Habe Die richtige Entscheidung Getroffen Ihr Könnt Ja Mal In die Kommentare Schreiben Wen Ihr genommen Hättet Es Ist So Eine 50 50 Sache Also Ich Werd Mir Nicht Sicher Sein Bis Ich So Ein Paar Spiele Gesehen Hab Von Joe Gomez Für Den Wir Keine Pressekonferenz Haben Vlaovic Wechselt Zu Tottenham 27 5 Hat Seine Arbeitserlaubnis Bekommen Und Ich Glaub Das Werden Wir Jetzt Einfach Annehmen Für Ronsoni Damit Wir Den Los Wären Es War Kein Gutes Angebot Aber Immer 1,1 Millionen Die Martha Möchte Wissen Warum Wir Vlaovic Haben Ziehen Lassen Weil Du Jetzt Erstmal Mit Bon Giovanni Redest Konnte Die Unzufriedenheit Nicht Lösen Ah Fiorentina Bekommen Leider 20 Prozent Was Ach Das Gewinns Ha Ja Schönen Gewinn Haben Wir Was Wie geht Das Wie können Die 0 Euro Kriegen Über Die Nächste Dann Bug Okay Ich weiß Nicht Ob wir Geld Abgezogen Bekommen Oder Nicht Aber Er Ist Auf Jeden Fall Weg Ähm Ja Also Er hat Angst Dass Wir Halt Ein Leader Verlieren Aus Dem Locker Aber Brodi Die Martha Du Bist Doch Der Real Leader Ne Du Bist Doch Der Big Dog Ja Die Martha Du Bist Doch Ein King Und Wenn Dolberg Kommt Ist Alles Schön Dann Haben Wir Auch Unser Ersatz Der Lässt sich Ganz Schon Zeit Ne Ich Hab Ein bisschen Angst Aber Ich Hab noch Nichts Gelesen Von Wegen Angebot Für Dolberg Von Real Madrid Oder Sonst Irgendwas Ich Kann Mir Auch Ehrlich Gesagt Nicht Ich Sag Es Nicht Dass Ich Mir Das Nicht Vorstellen Kann Was Er Bei Schalke Macht Wir Haben Den Vertrag Schon Lange Raus Schickt Hat Bei Schalke Letztes Jahr 27 Spiele 6 Tore 6 Vorlagen Gemacht Bei Uns Würd er Mal Machen Kann Ich Versprechen Nur Real Madrid Ist Noch Interessiert Aber Wir Wären Wohl Bis Zur Bestätigung Von Dem Netten Kasper Jetzt Haben Erstmal Joe Gomez Geholt Damit Ist Der Endverteidiger Da Den Wir Haben Jetzt Insgesamt Noch 20 3 Millionen Ist Aber Wirklich Wenig Wie viel Wir Jetzt Bekommen Haben Von Blaovic Also Für Die Anderen Positionen Gerade Mal 5 Millionen Wenn Dolberg Da Ist Deshalb Müssen Wir Dringend Auch Die Anderen Hier Verkaufen Musakio Muss Dringend Weg Mit Sein 145 Tausend Gehalt Der Tut Am Meisten Wehe Das Neige Ich Auch Aber Vielleicht Wird Es Dann Fix Was Wären In Der Nächsten Folge Ich Wett Das Bayern Spiel Vielleicht Nicht Mit In Die Nächste Folge Nehmen Weil Ich Noch Ein Bisschen Scouten Möchte Oder So Oder Vielleicht Machen Wir Das Spiel Und Ich Mache Dann Cut Aber Eigentlich Die Freundschaft Spiele Nächste Folge Geht Dann Weiter Und Dann Hoffentlich Mit Dolberg Bis Dahin Tschö